So, Peace, Leute, was gedacht? Brandschutz, LKW-Brandt, Autobahn, Einsatz für ELW, LF24, TLF1, RTW1. Peace, Leute, was gedacht? Ich bin Paul Julian und wir spielen jetzt Feuerwehr 1-1-2. Und ja, das habe ich mir gekauft, auch für den PC. Und es tut mir leid, mein Opa war im Krankenhaus, eine Woche. Dann konnte ich keine Videos machen. Dann war ich noch eine Woche in Spanien und die restlichen Wochen in England. So, schnell zum Einsatz. Jetzt, auf der Autobahn, hat Geld dann frei. So, rechts, so, kommt da jetzt. Jetzt meine, okay, so. Also, ein Stück aus der Autobahn. Wir fangen jetzt, glaube ich, den Sonntag erschienen. So, so höher, so. Hier sieht man, glaube ich, Martin von. So. So, jetzt muss ich mir leid. So, Frau Hübner, da unten, LKW im Drang, und da unten habt ihr schon riesig alle ... und da oben, und da oben, und da oben, keine Knussehege dasselbe, oder oben, oben 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 oben, um oben 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 oben. So, dass ihr schön seid, manchmal ein Wettbewerb, war aber das ist alles auch ein Wettbewerb, und ja, wenn es in den Wettbewerb, wenn es Ihr ärretend ist. Vielen Dank. 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 So. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Guck mal was tun. Guck mal wie die da stehen. Ja. Guck mal wie die da stehen. Ja. 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 Ja.